Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute erkläre ich euch, was euer Gewicht und euer Stoffwechsel mit euren Hormonen zu tun hat und warum es vor allen Dingen auch in den Wechseljahren zu einer Gewichtszunahme kommt. Viel Spaß bei dem Video. Nicht nur den Frauen, auch den Männern geht es so, dass im Alter das Gewicht zulegt, obwohl man an seinen Essgewohnheiten, vielleicht auch sogar an seinen sportlichen Aktivitäten gar nicht so viel verändert hat. Und alle fragen sich, was ist jetzt auf einmal los mit meinem Stoffwechsel? Warum ist das so typisch, dass Menschen ab einem gewissen Alter andere Fettdepots anlegen und zunehmen, Wassereinlagern? Das möchte ich euch erklären. Und immer wenn es um diese Thematik geht und ich die Hormone in den Wechseljahren besprechen möchte, packe ich meine Grafik aus den Seminaren aus und lege sie euch vor, denn sie zeigt es einfach wirklich, nicht schwarz auf weiß, aber bunt auf weiß, was passiert. Anfang 40 fängt es an. Progesteron, das Gelbkörperhormon, wird immer weiter abnehmen. Typischen Symptome kennen viele Frauen auch schon vor den Wechseljahren, nämlich kurz vor der Periode als PMS-Symptomatik, nämlich das Prämenstruelle Syndrom. Hier kommt es zu Gereiztheit, also psychischen Veränderungen, auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber wenn es auch um das Gewicht gehen soll, Wassereinlagerung. Das liegt aber jetzt weniger am Progesteron, sondern vielmehr an der Relation zum Östrogen. Denn das Östrogen ist daran schuld, wenn man so möchte, dass vermehrt Wasser eingelagert wird. Und das passiert natürlich umso mehr, je höher dieses Verhältnis ist, Östrogen zu Progesteron. Sinkt Progesteron also ab, wie in der Grafik gezeigt, steigt das Östrogen relativ gesehen an. Es kommt zu Wassereinlagerung. Wenn du also feststellst, mit Anfang 40 die Waage zeigt irgendwie mehr an, aber so richtig Fettpölsterchen siehst du gar nicht, dann liegt das meistens am Gewebewasser. Gehen wir noch eine kleine Dekade weiter, sehen wir ganz genau, langsam geht das Östrogen auch in die Knie. Das heißt, die Eierstöcke schaffen es nicht mehr, das Östrogen-Level hochzuhalten. Aber das Testosteron ist davon noch relativ unbeeindruckt, bleibt also relativ gesehen auch noch höher als Östrogen und Progesteron. Typischerweise kommt es jetzt zu einem männlichen Fettdepot-Verteilungsmuster. Also die weiblichen Formen von der Hüfte, vom Po, gehen jetzt tatsächlich doch über vorne an den Bauch. Bauchfetten, Bierbäuchlein, wie man so sagt, ist ja der Klassiker bei Männern im Alter. Und das liegt eben am Testosteron. Das typische Verteilungsmuster für Testosteron-bedingte Fettdepots ist eben vorne am Bauch. Und jetzt stellen sich viele die Frage, warum kommt es jetzt überhaupt zu diesen Fettdepots? Denn ich habe ja an meiner Ernährung gar nichts geschraubt, nicht mehr, nicht weniger. Und meine sportlichen Aktivitäten, ja, die mache ich eigentlich schon immer so. Und das kann ich euch auch ziemlich leicht erklären. Denn, wenn wir nochmal weiterschauen, fällt ja das Testosteron trotzdem ab. Und Testosteron, das habe ich ja auch schon in Seminaren oder auch in den Videos hier gesagt, ist ein Hormon, was Stärke bietet, was Selbstbewusstheit macht, was einfach so ein Goat-Hormon ist. Und gerade was die Stärke und die Muskelkraft angeht, da brauchen wir Testosteron für. Wenn Testosteron abfällt, werden auch die Muskeln schrumpfen. Muskulatur und Gehirn sind eigentlich die Kalorienverbrenner schlechthin. Eine Muskulatur, die stark aufgebaut ist, die verbrennt und hat einen Grundumsatz ohne Ende. Wenn jetzt weniger Muskulatur vorhanden ist, muss auch weniger verbrannt werden. Das heißt, du hast einen anderen Grundumsatz. Die Kalorien, die vorher deinen Stoffwechsel völlig ausgeglichen haben, sind jetzt tatsächlich, dein Grundumsatz sinkt. Du brauchst also eigentlich weniger, du isst aber normal. Du hast also einen Kalorienüberschuss. Und diesen Überschuss macht sich natürlich unser Körper zunutze und legt schön die Fettdepots für die schlechten Zeiten an. Halten wir also fest, du hast jetzt schon mal durch den Testosteronmangel einen geringeren Grundumsatz, das heißt auch einen geringeren Kalorienbedarf. Und du hast die Wassereinlagerungen durch die relative Östrogendominanz und den Progesteronmangel. Das sind schon mal zwei Faktoren, die auf der Waage zeigen werden, ich habe zugelegt. Jetzt müssen wir noch ein anderes Organ ein bisschen ins Blickfeld holen, das ist nämlich auch die Schilddrüse. Viele, viele Menschen, immer mehr Menschen werden in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auf der Welt, eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Liegt unter anderem am Jodmangelgebieten, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben auch durch diesen relativen Östrogenüberschuss einen Einfluss auf die Schilddrüse. Und diese geht dann oft in den Wechseljahren auch in die Knie, sodass du zusätzlich zu diesen genannten Dingen noch eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Hier ist es also auch ganz wichtig, die Schilddrüsenhormone im Auge zu behalten, wenn es auch um die Gewichtszunahme geht. Statistisch hat nämlich ungefähr jede zehnte Frau, das ist sehr viel, eine Schilddrüsenunterfunktion, die mitunter unbemerkt bleibt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall das absolute Basis- und Grundwissen, warum das passiert, dass man auf einmal mehr Gewicht auf der Waage erkennt, obwohl man nicht viel im Alltag geändert hat. Die Gretchenfrage ist ja jetzt sicherlich, wie kann ich das verhindern? Also wie schaffe ich es, meinen Stoffwechsel trotzdem anzukurbeln, mein Gewicht zu reduzieren, meinen Grundumsatz zu erhöhen, damit das Ganze nicht passiert. Und dazu gibt es ein extra Video auf diesem Kanal. Freut euch drauf. Tschüss, bis dann.